Was glauben Sie, ist diese zukunftsgerichtete Verhütungsmethode wert? Warten Sie, bevor Sie antworten. Einhornkondome kombinieren Naturkontschuk und die Sexiness von Miami Vice. Nehmen Sie diese absolut neue Verpackung. Rechteckig, bunt und was drin? Na, was glauben Sie, ist dieser funktionale Sommerschutz wert? Antworten Sie noch nicht. Warten Sie, bis Sie den innovativen Aufbau dieser Verpackung gesehen haben. Komplett aus Papier. Diese Tüte kann in den Papiermüll. Habe ich das Wort nicht heikle gehört? Jawohl! Und da sind auch noch die Sachen drauf. Muffin, Erbsen, Tocco und ja, ohne zusätzliche Kosten ist es zu glauben. Eine Aprikose. Kondome mit Aprikose und Dschungel und Kram. Na, was glauben Sie, was die kostet? 30,49 Euro. Noch mehr? Nein! 6 Euro. Das ist unglaublich. Jetzt bestellen auf http.doppelpunkt slash slash www.einhorn.my Und die ersten 20 Besteller erhält eine persönliche Grußkarte von mir. Gibt's? Justine? trophy! バイ品 im